Hallo, ihr Wichser! Zur nächsten Folge von Don't Starve Deadstone Starve Together Ohne Freude, ohne Spaß Ah, da, ja, da bin ich, ich bin der Beste in dieser Gruppe Ich kann nichts aufsammeln, ich hab vergessen wie irgendwas geht Ich weiß es auch nicht, weil ich spiel mit Controller Geil Kick Flower, Junge, also tagsüber so viel sammeln wie geht Nachts dann ans Feuer chillen Oder erstmal eins machen und hoffen, dass es nicht ausgeht Ich hab ja direkt ne Axt im Start, also ich hab Wow, a la du Profi Mir fehlt dafür ein Ein Stein wahrscheinlich, oder? Oben liegt Wind Ah! Aber Schmetterlinge sind gut, weiß ich ja noch vom letzten Mal So, jetzt kann ich mir hier ne geile Geil Scheiße, Alter Chop that Baum So, ich hab ein Schwetterling Ja, wieso muss ich denn da jedes Mal draufdrücken? Hä? Hehehe Oh, retarded Das ist voll der Speedhacker Mein Charakter Alter! Warum macht der denn da bei mir so langsam? Weiß Weil das ist der, der ist Holzbäller vom Beruf Na gut, das ist natürlich ein Profi, ne? Das ist natürlich auch die Unkaputt-Baracks wahrscheinlich, ne? Ja Na natürlich schon ziemlich OP, wenn man das mal so sagen möchte Boah, was denn jetzt los? What the fuck? Bist du gerade zu einem Beaver geworden? Oh ja Da stand, äh, Woody hat ein dunkles Geheimnis Ich hab's gemerkt Äh, wir sind Bärbeaver Hehehe What the fuck, Alter? Und ich muss mich mit Holz vollfressen Und dann werde ich wieder zum Normalen What the fuck ist das behindert? Okay Ein Pick-up So, was wollte ich machen? Ich wollte mir eine Fackel bauen Ich drück die ganze Zeit gerade Linke Masters Und der Überlangsam, der Kerak Der Kerner hat's einfach nicht drauf Hat er echt nicht Die Fackel ist Lass ich jetzt noch weg Mach es ja nicht dunkel Damit wir gleich genug Zeit haben für ein Feuer Äh, also für ein richtiges Feuer Wird schnell auf zwei drücken, Alter Ich glaube, ich hab noch genug, oder? Ich baue noch drei Bücher Vergreife die so klein Oh ja Grassalm Und da oben ist Flint Flint scheint relativ wichtig zu sein Na? Ja, irgendwie Gibt's das nicht Gibt's das gar nicht so oft Vielleicht nachher, wenn man dann einmal eine Spitzsacke hat Und dann so große Steineabbau Ja, hattest du, glaub ich, letztes Mal gemacht, ne? Ich hab's keine Ahnung mehr Ja, ja, hatte ich Und jetzt kann ich auch ein Fenster an Feuer bauen So eine Ich hab hier oben schon mal einen richtig fetten Stein Ja? Ja Ich glaub ich kann Okay, mir fehlt ein Holzstück und einen Stein Äh, ein Flint und ein Holzstück Jetzt hab ich das Holzstück, jetzt fehlt mir nur noch der Stein Ja gut, das Holzstück war jetzt auch nicht das Schwierige daran, ne? Ja, ich glaub es ist eher der Stein So leicht im vermutenden Sinne Okay Ich hab immer die ganzen Bären mit, sonst haben wir nachher wieder nix, wo wir mit reagieren können Ich bin die ganze Zeit schon, äh, Karotten und Sonnen Ah, ist auch nicht schlecht Oh, boah, boah Oh, boah Wo ist der hin? Alter Was war das denn auf einmal? Oh Komischer Vogel Wow, wow Ja, ja, hab ich schon gesehen Ein Maulwurf Hm Lass mal lieber, äh, jetzt das Feuer machen Oh, hier ist Flint Sehr geil Nein, der Maulwurf hat's Störf Korrekte Sache Okay, mach Feuer Mach Feuer Mach Feuer Oder ich mach eben Feuer Ja, ich kann, ich mach's eben so, fertig Ah ja, auf jeden Fall ist ein Monsterfleisch, was das letzte Mal gegessen hast Also das macht irgendwie minus 20 Leben oder so? Hm, ist mir auch gefallen, ich bin dadurch gestorben War schon, äh, sehr clevere Aktion wieder von mir Ah, du weißt einfach, wie das Spiel geht Ich bin Probi, das, äh, kann man nicht anders sagen Ah, jetzt wird's auch nach Wir müssen das ja auch Add Fuel nachher immer machen, also Kann man nicht Add Fuel machen? Oh, ich komm runter Äh, bei mir nach links, wenn du am Feuer stehst, steht hier unten links, welche, unten welche Taste drücken musst Ich habe gerade elf hinzugefügt Elf? Ich hab so abge-, abge-, ich hab so Cat Grass draufgelegt, so ein bisschen so auf Platsch Ich hab ja gerade elf, Holzstücke da reingeböllert Ich hab ja gerade elf, Holzstücke da reingeböllert Frag Richtig Bocker Hast du deine Axt schon gemacht? Äh, ah, die Spitzer, gell? Ja, richtig, weil das wär jetzt der Zeitpunkt Ja, hab ich Willst du die haben? Jo, wär geil, weil du hast ja eh die, äh, die unzerstörbare Axt Ja Nehm ich, äh Die Zacke So, dann mal weiter Ja, komm mal hier mit, ich hab hier vorhin noch irgendeinen Stein in der Ruhe Das wär gar nicht schlecht, wenn wir ein anderes Biotop gehen Ja, hier ist ja, hier ist ja zu sein Hier war irgendwo, what the fuck und ich, efu und ich ehe durch, what the fuck Wo, was da reingeböll here Wormhole Wcribed rein springen Warte erst mal den Stein hier Komm, holz'm den Stein hier ab W conservation Warte, bei mir ist grad irgendwas richtigığımız auf匙ings fallen Ich geh da rein ich sag dir ob ich tot bin ich bin der gesprungen eigentlich wäre es jetzt egal wenn wir so einen dicken stein finden ja der war ja gerade nur neben uns ich habe ja gesagt bevor du reinspringst hau mal eben den stein kaputt wir können auch bestimmt damit zurück okay lass uns mal machen aber wenn du e drückst dann wechselst du die perspektive ich raste richtig aus gerade ich drücke ok habe ich keine ahnung mehr wo ich bin auch gerade auf der suche ich habe ich habe es wollen wollen echt okay dann komme ich eben frage ich ob es uns an den random ort bringt oder einfach wieder zurück we have to try ach ne wir sind zurück da den stein meinte ich lol der ist ja instant daneben ja den hast du einfach mal sehen ok ich gehe schon mal weiter da ganz viel flint und ganz viel stein hier war aber noch so ein stein der hat geglitzert aber noch flur oder sowas und so eine fahrte oh guck mal hier da oh mein fucking god melted mini glasier gläser gläser was ist das denn oh kurz ich den schatten da oben dann direkt über mir da ist sowas ganz komisches hier an dem da über dem stein oh mein gott ich habe ein gold nugget gefunden da ist nochmal so ein geist guter hin hier links hier links von mir hier da ist es weg alter dann könnte ich auch ein paar steine abholzen alter wie schnell du einfach zu haus warum weil ich immer wieder zum bieber werde und mich dann erstmal wieder zurück verwandeln muss irgendwann was gibt es denn hier noch zu entdecken wow was sind das denn für vögel geier keine ahnung woher gerade erstmal alles was so ein bisschen gold und glitzert ab so wir brauchen gold zum beispiel für eine science machine wie viel gold braucht man denn dafür ein gold ok ich habe vier und fünf steine ne vier steine habe ich 16 willst du eine bauen oder sowas ich habe keine ahnung was das mir bringt doch neue rezepte dann wird unsere crofting leiste da erweitert da ist wieder gold ja ja klar ich baue immer nur die ab die auch gold haben aber wichtiger ist mir endlich im moment das flint ich habe sechs flint ja ich habe jetzt sieben kannst du das gold nehmen ich habe meine leiste voll ja das sollte man vielleicht echt so ein bisschen aufteilen ja ein bisschen sortieren ja das kann ich auch ne achs behalte ich mal wobei du hast deine unzerstörbarachs ne dann werde ich meine weg dann äh alter also ich habe zwei mägen bei mir ist das bei dir auch so äh ja ne das andere ist glaube ich das gehören naja das ist es gibt so einen wahnsinns wert das ist das äh orange ne okay und wie kriegt man den wieder hoch keine ahnung oh geil zwei gold oh sexuell hab ich abgeholt warte dann lass mal kurz hierbleiben hast du noch genug holz äh ja ohne ende okay ne weil ich habe immerhin alle verböller äh dann oh mein charakter hat hunger manchmal erstmal ein kompass bald so ich baue mal ich baue mal hier in die mitte der steine fettes lagerfeuer können wir ein bisschen abholzen währenddessen ich habe jetzt keine ahnung science 1 machine ich brauche vier holz ihr holz kann ich dir geben ja und das wäre geil wichtig so loks oder so holz blöcke als blöcke gut da sind das jetzt vier stück das sind 18 außen 18 ok ganz behalten ich habe keine spitzsacke mehr jetzt gerade irgendwo in das science machine gebaut steht über die hier sehe keiner soll ich noch eine bauen aber die müsste dann doch irgendwo hier sein da ist die ja jetzt wow hast du das material verloren ja ist weg aber ist egal alter guck dir die leiste an jetzt legen oh mein gott das geht nicht jetzt ab oh mein gott junge jetzt kannst du farben anbauen und so kram improved farm alter sperre dafür brauchen wir ein seil kriegen wir ein seil her final report hat es dann alter es gibt so viel zeug wie kann man denn jetzt nur ein holz da rein machen ein holz ja warte ich oh hol deine fackel hol deine fackel hol deine fackel das war ja gleich aus so ich tue jetzt gerade immer nur eins jeder bei mir ist es einfach nach links drücken da steht unten steht der ad fuel die taste drücke ich da tut er einen tanzenzapfen grad rein ich habe bin jetzt knapp beim verhungern ich ess mal was ich glaube man kann das rösten hier guck 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 da kann man wie wie denn rösten berri rösten ey ich broste dir rösten hier ein paar bären oder machst du es gerade auch anscheinend es ist zu warm es ist zu warm ich kriege gerade schade weil ich überhitzt bin ach so ach weil ich arm freue krass aber ich habe jetzt wieder was im magen bisschen ich habe gerade was gekocht so ok zurück zur science machine auch wenn man da einmal dran war dann kann man ne ok nur wenn man in der nähe ist kann man das machen nur wenn der nähe ist so ich habe mir das maulwurfsfleisch gekocht alter das bringt was da muss man noch ein bisschen lernen von dem spiel das ist wie minecraft der ganz auch mal komplett neu anfängt wir sollten uns vielleicht noch mal warte ich habe einen kompass das heißt das kompass ich habe einen kompass bitch woher wo ich mir gebaut wo gibt es den denn kann ich jetzt hier mein kompass geht kaputt wenn ich ihn mir angucke dann lass doch mal irgendwo hingehen wo wir vielleicht ein bisschen holz noch finden ok wir können nicht die science machine ist jetzt auch nicht so teuer die können wir auch ein ja vor allem ich habe auch auf jeden fall genug mit um das bau und ich auch bei mir ist die aufgrün korrekt müssen wir nur jetzt weiterfinden wir wollen echt fleisch wahrscheinlich gerade das wichtigste zu sein weil hier ist die birdtrap dafür brauchen wir aber spinnenweben ok wir brauchen waffen oh ja ein speer aber dafür brauchen wir eben ein seil und ich weiß nicht wie man ein seil kriegt muss es doch stehen aber wahrscheinlich ohne science machine sehe ich das wahrscheinlich eh nicht ok ist egal ist egal ist egal wir machen uns wir werden in den norden ich habe ich habe gerade eis eis ja ja irgendwo lang muss es hier doch mal gehen wieder ne ja ich folge dir einfach mal hier das sieht gut aus besser das sieht besser aus ah bäume ja die musst du halt fällen ne ja kein problem oh ich bin wieder zum polpulchigen bieber geworden hier sind die schweine waren gut sagst du die schweine sind friedlich und schmeiße ich dir mal weg ein gras du wirst mir gerade auch wieder nicht auf der map angezeigt ja du bei mir auch nicht ich bin nach links unten weg gegangen ok ein korn ich glaube ich sollte die sachen die wir finden nicht so essen sondern immer braten das gibt bestimmt ich bin hier bei einem schwein da fühle ich mich gerade relativ sicher vor allem weil hier überall mit rumliegt ich bin bei was ganz komisch nicht weiß nicht was das ist oh man was ist oh mein gott oh mein gott ich glaube ich sterbe what the fuck was ist denn bei dir ich habe irgendwas mit schweine und schwanz angepackt und wurde erstmal von 5 schweinen angehörden mhm 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 das schlechte zwar ja es ist schon ziemlich doof dann kommt was will werde ich auch nicht angezeigt jetzt einfach mal in richtung roten balken roter balken ich habe keine ahnung was das ist deswegen glaube ich dann mal hin guck mal hier hier ist pick up ich bin jetzt wieder da wo wir her kam es war habe ich nur einmal gesehen ich weiß nicht ob das selten ist oder scheiße ist da habe ich lieber irgendwie so ein paar ok auf jeden fall ich bin wieder da wo in dem stein gebiet wo wir vorher waren ja geil ich habe ja nicht mehr viel zeit war ich habe sie auch ein feuer aufgebaut weil ich muss echt was essen ich weiß gar nicht was ich vorher machen kann ich habe ja bitte ok ok ich bin auch wieder im stein gebiet oder sehe es zumindest wieder ok ok ich mache mir jetzt eben selber ein feuer dann wird das nix ja ich bin auch gerade dabei habe ich gerade schon schaden bekommen wegen verhungern oh mein gott bei mir ist eine schwarze natur weil ich muss auch ganz viele schattenwesen aber ich glaube die machen nichts noch nicht wahrscheinlich spielt das eine vorwarnung kann man karotten kochen ja das ist behindert nein habe ich so gegessen geil so meine hungeranzeige ist komplett voll jetzt ist mal alles was ich am kochen bin also ich probiere mal alles zu machen damit ich gleich im nächsten tag ich probiere mal so halbwegs zurück zur science machine zu finden okay gut dann versuche ich auch den zu finden ich glaube ich auf einem guten weg ich habe keine ahnung ich bin jetzt gerade wieder bei den ganzen bussaten mit der einlöde da hier liegt eine axt ach ich bin bei der axt die du weggeworfen hast ja drück mal unten auf die karte da kannst du nämlich direkt sehen wo du bist scheiße ich bin nämlich gerade an der science machine ich muss eben mal in die steuerung gucken ja ich sehe dich ja ah hi können wir wieder runter gehen ok mein Essen ist jetzt auch relativ voll ok haben wir jetzt haben wir einen Plan was sollen wir tun ja wir haben einen Plan aber den Plan ne weißt du wenn wir den erfahren der nächsten Folge ist richtig ist krass ne ich werde gleich aufgeregt ich auch und äh bleibt mal stehen jetzt da hin tschüss 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 Vielen Dank.